Starvector Wo ist das System denn? Hier oben in Prozion oder so ähnlich gewesen und fliegen jetzt wohl wieder nach Lomonosov Gut, auf geht die Reise Level Up, nee, Speeding Up Time, so war das, nicht Level Up Das müssen wir auch mal wieder haben, Level Up, das kann aber auch nicht mehr viel sein Okay, die Factories sind voll am Arbeiten 113 Industrial Equipment, da fliegen wir an einem anderen System vorbei und Lomonosov müsste jetzt gleich vor uns sein Da ist es auch schon wunderbar, stürzen wir hinein in unser Glück, suchen unsere Station auf, wo die 113 gerade produziert worden waren Da ist er, fliegen wir dann da hin Speeding Up Time wieder Ja, ist ja schon eine stattliche Flotte, ne? Oh, wir können auch richtig reinzoomen jetzt, komischerweise Manchmal geht das, manchmal geht das nicht, auch interessant, ne? Gut, okay, Transfer Cargo, ja, das machen wir als erstes Das sieht noch alles gut aus Das sind 189 Euro, das sind 206 Okay, und das wird kaum weniger, ne? Confirm, dann können wir hier raus Äh, ja, das war es eigentlich schon wieder, ne? Und dann, gute Frage, was machen wir dann? Was ist das für eine Station? Automated Supply Depot, ne? Da wollen wir nicht hin Da wäre die andere Station Trading Station Aber jetzt wirklich bringen tut es uns das auch nicht Wir transferieren jetzt erstmal unsere Klamotten Ist ja schön so anzusehen, wenn man da reingeht, ne? Aber sehen tun wir natürlich ganz wenig Mal, ne? Die Gefahr ist groß, dass wir irgendwelchen Piraten begegnen Aber ich mache mir momentan da auch nicht so die Sorgen Weil, ja, weiß ich nicht Irgendwie klappt es nicht mit den Piraten Die wollen uns gar nicht, ne? Ne, da müssen wir hin Und dann fliegen wir direkt zurück und tauschen das da auch noch rum Ja, um ein paar Punkte zu machen, hätten wir gerade Industrial Equipment da verkaufen müssen Dann hätten wir ein paar Punkte machen können, Erfahrungspunkte Ja, ist halt momentan schlecht, ne? Da sind Low Tech Komponents gemacht und Fuel Und dann springen wir da wieder rein Und dahin Okay Also diese Handelssache ist irgendwie ganz schön auf der einen Seite Auf der anderen Seite ist ein bisschen tot das Thema Wir werden auch noch nicht mal mehr angegriffen irgendwie oder sowas Weil wir schon wieder eine große Flotte haben Müssen wir mal gucken, wie das weitergeht, ne? Guck mal, da ist schon wieder einer voll Die können wir alle mitnehmen Und die auch Guck mal, fürs Hin- und Herfahren brauchen wir schon so viel Sprit, wie wir hier produzieren Ist auch ein bisschen doof, ne? Hm Ja, dann können wir direkt hier zur Station fliegen Da können wir das kaufen, aber nix verkaufen, das hatten wir ja schon Und hier können wir die definitiv lassen Und hier können wir die definitiv lassen Bringt uns 10.000 Ich glaube die können wir auch noch darüber schaufeln Bringt uns jetzt 12.980 Tja Ach ne, das hatten wir einen tiefer wollte Ich brauche Special Offers Bringt uns auch nix Ja, raus da und weiter geht's Ab zum Sprungtor Und nochmal nach Limonov So, da ist das Sprungtor Hinein Onkel Otto Und Und Limonov Da ist eine Piratenflotte in der Nähe Das ist ja vielleicht ganz interessant Vielleicht klappt da mal was Ich weiß noch nicht, ob wir mit unseren Angriffsschiffen dann was schaffen können Wir werden sehen Da ist das andere System, wo wir vorbeifliegen Und Dann fliegen wir da rein Wird rein da Und Dorthin Gut Dann können wir da wieder Waren annehmen Und Da sind wir schon 188 produziert 391 produziert Confirm Raus Lief Kurz gucken wo die andere Station ist Müsste da sein Ja Und da fliegen wir diesmal hin Machen wir ein paar Erfahrungspunkte Indem wir da jetzt unsere Industrial Equipments verkaufen Ne Da ist die Station Und hier war nicht Könnten wir das verkaufen Ne Industrial Equipment 188 Cell Ich glaube das war ganz knapp vom Level ab Mh Die können wir kaufen, brauchen wir aber nicht Hier mal gerade rein Okay Fuel ist am Ende Müsste eigentlich reichen Müsste eigentlich reichen Gut Äh Achso hier Ne doch nicht, da hat sich wohl was vertan Habe ich mich wohl irgendwie vertan mit 1.070.956 Punkte 1.076.000 Das heißt wir brauchen noch 5.500 rund weg oder 600 Gut Gucken wir mal gerade weiter Hier ist ja alles nichts Ne Das lassen wir so Raus aus dem System wieder Wir sind da Es ist glaube ich egal welches Sprungtor wir nehmen So 161 Low Depot Blue Supply 286 Da ist das Sprungtor Jumpen wir rein Fliegen dahin Und machen ein bisschen Fuel wieder auf unser Schiff Und Supplies Schaffen wir diesmal da hin überhaupt Wir haben nicht so ganz so viel Fuel mit Ja das wird schon eng, aber ich glaube das müssen wir trotzdem Da hin schaffen Maximal Durch Ich sag schon Ja Passt noch, ne Ja Haben wir es erreicht auch so, okay Dann steigen wir da oben hin Fuel ist leer gewesen, ne Da kommen wir mit klar So So Fuel haben wir genug Da haben wir noch viel mehr Da auch Und die können da hin Ja die wollen wir da auch schon gar nicht mehr hinbringen Stapelt sich Und hier sind 390 sind auch reichlich So Hier lieben wir Fliegen gerade da rüber Ja Können wir wieder was verkaufen Und zwar Können wir die alle verkaufen 10.000 wieder Das brauchen wir wohl So Wahrscheinlich sogar zu kaufen Gut Confirm Äh Raus hier Ja Können wir auch lieben Ja Dahin Das ist wohl näher wie das andere Entschuldigung Ja Ja Zipiraten Nö Weiter Da ist das Sprungdor Ab hinein Ja Fliegen wir erstmal zurück Ne Hoffen dass wir mal Irgendwie was spannendes erleben Hm Das andere System flitzt da oben an uns vorbei Und hier ist auch nichts zu sehen Aber ich glaube In der Nähe von der Mono Software Piraten oder? Sag mal gerade Wann sind sie schon verschollen Warten sie ja im System Das wäre ja auch okay Ne Da oben sind zwei Komm vielleicht kriegen wir einen Aber die bleiben da oben irgendwie stehen Oh da ist was größeres Oh da ist was größeres Ist mal höher Da Da sind welche Machen wir gerade einen Halt Komm die sind angeschlagen Da kriegen wir die ja Die hauen sogar ab ne Ist ja nicht zu glauben oder? Ja Aber wir sind leider nicht schneller wie die Ne Hm Ja das bringt ja dann nichts Nichts ne Schön produziert Die hauen noch da ab Ah Low End Supplies alles klar Ach jetzt habe ich auch noch das Falsche geklickt ne Wollte ich gar nicht Komm zack Ne da müssen wir gar nicht hin Fliegen wir da hin Und so erst tanken Da ist die Station Ja Ja Confirm Leaf Und dann fliegen wir da hin Ja und ich würde mal sagen für die Folge soll es auch erstmal wieder reichen Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid Bis dann Tschüss